Check this out! Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Xperia Gaming-Freunde. Ich bin euer Fabian und mit dabei sind Thomas, Paddy, Joel und Felix. Moin Leute. Ähm, Moin. Hallo. Ja, Leute, seit einer gewissen Zeit auch mal wieder Landwirtschaftssimulator Multiplayer Feuerwehr. Aus technischen Gründen ging das eine Zeit lang nicht, aber dieses Problem haben wir gelöst und ja. Ja. Wie ihr seht, sitze ich mal in der Leitstelle mal wieder. Und ja. Wir lassen uns überraschen. Herr Felix, sortieren wir nachher weiter, würde ich behaupten. Ja. Ey, ihr könnt noch weiter sortieren. Ja, ne, wir müssen da gucken. Ich muss noch mal kurz nach Hause. Ähm. Warte, Patrick. Ja, Moin. Nein. Das war den Bezinkanister hol ich nachher gleich mal. Was gibt's? Ach, ich glaub mal können. Ich hab leider nichts mehr von dir gehört. Und auch wissen, ob du noch lebst. Ja, klar. Ich habe im Moment viel Dispo dienst. Echt so schlimm? Ja, jeden Tag. Dieses Mal muss ich ja hier Live-Share angerufen. Jeden Tag. Komisch. Na ja, hier, ich muss auflegen, ich krieg grad nen Anruf. Jo, ciao. Ja. Lapper fahren, oder was? Ach, Bit North. Ja, klar, Alter, was ist das denn? Was machst du los? Der ist schon verpackt. Gibt mal, ne? Man merkt, dass Paddy was am kaufen ist. Hä, ich kauf gar nichts. War das grad komisch? Oh. Mein Kollege? Nein. Ach. Felix? Ja. Fährst du dein Neumlin auf, Liga vernünftig beiseite? Hm. Okay. Also, weil da wo er jetzt steht, ich spart nicht viel. Oh. Alles. 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 Los. Hier ist die Leitstelle Ostholz-Schambeck mit einem Einsatz für den Löschzug 1 der Freiwilligenfeuer Mainburg. Es rücken aus ELW 1, HLF, DLK und TLF 4000. Einsatzmeldung ist, brennt Böschung nahe trockenem Feld. Psych. Aach. Hoh. Sah auf. Hoh. Toll auf. Hoh. Hoh. Oh. Hoh. 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 Moin. Also, ähm, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, aber, ähm, da brennt eine Böschung, das soll wohl schon relativ fortgeschritten sein und das ist irgendwo auf einem Feldweg, genaueres habe ich auch nicht. Na ja, Oster, dann mache ich die Drehleiter bereits. Jo. Oien, ich brauche mit dem Brescher einfach mal zwei Parkplätze. Ja, Patrick, du sprichst gleich auf dem ELW, ich fahre mit dem HLF jetzt aber schon voraus. Jo, kein Denk. Ja, du kannst doch erst fahren, bevor du besetzt bist. Ist. Jetzt doch. Ja. Ja, wenn mehr nicht kommen, dann geht mehr nicht. Es muss was hin. Gut, hier noch festziehen, gut, dann los. Ich muss noch bei der DLK festziehen, wenn eine Einsatz ist. Ja, PR ausrüsten. Ja, da war etwas locker. Oh, 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 da hat er. Er wird mich jetzt auf dem Weg geschmissen. Wir wissen, dass ich doch nicht kann raus. Ja. Wir fahren erstmal ganz durch zum Kuchen. Und sobald wir genauer was wissen, würde ich auch gerade mal gerne genauer wissen. Können. Ja. 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 Und sobald. Äh. 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 Ehe. Äh. 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 Melda das ist Hauptstraße Hauptstraße und dann ein Feldweg hoch ich stelle mich da hin ich schick meinen PR-Trupp inklusive mit mir denn ich stelle mich aber auf die Straße kann der da hochfahren das TNF 4.000 muss nach vorne verstanden danke da Prozent 12 33 1 von 12 48 1 kommen 12 3 3 1 2 ja sie fahren gleich auch durch zur Einsatzstelle das wird verstanden so PR kommt mit mir wir gehen mal nach vorne gucken was da genau anliegt 棍 4 r 9 pr 10 deutsche 20 Naja, da vorne haben wir schon was. Okay, ihr wartet hier. Sobald das TLR4000 da ist, setzt ihr euch zusammen mit dem Angriffsdruck davon und dann zwei C-Leitungen mit schnell Vorrichtung an die Böschung vor. Die Drehleiter kühlt die umliegenden Flächen gleich, da teile ich die ein. So, also, da wir das hier relativ trocken heute haben, fahrt ihr gleich, sobald das TLR4000 vorne an der Einsatzstelle ist, werdet ihr euch hinter das TLR4000 positionieren und die umliegenden Flächen kühlen, damit ein Übertritt gering bleibt. Na gut, das war jetzt mal bei Seite und war auf Zürde. Aufnung. Felix, vorne auf. Einige Güter. So gut. Du fährst jetzt durch und Fabian sagt dir dann genau, wo du stehen sollst. Leitstelle von 1248111, komm. Leitleiter. Ja, folgendes von der Einsatzstelle. Wir haben einen bestätigten Böschungsbrand und der ELW baut sich gleich auf und dann wird der Funkverkehr über den ELW laufen gelassen, wie sie es gerne haben möchten. Und der Angriff sieht wie folgt aus. Das TLR4000 fährt an die Einsatzstelle ran. Zwei Angriffstruppen mit C-Leitung zum Böschungsbrand vor und die Drehleiter kühlt die umliegenden Wiesen. Ja, das ist aber halt verstanden. Ja, verstanden, Ende. 1248111 von, äh, für 121111, komm. Hört. Ah, du stehst schon bei mir, ähm. Einsatzleitung übernehme ich, da ich ja hier im Gruppenführer bin. Ja, das ist korrekt. Und ihr übermittelt ja gleich, ihr macht das normale ELW-Kommando jetzt. Ja, ELW schon. Aufgebaut. Könnt ruhig mit mir auch hier hochkommen. Und da du ja auch rum... Achso, okay, wenn... kannst... Ach nee, egal, ich funke euch da einfach hin. So, absitzen, aufgehauen. Dein Angriffstrupp. Mit PR-Ausrüstung, eine C-Leitung von der rechten Seite und meine von der linken Seite mit dem Schnellangriff. Verstanden. Ab. Sag, äh... Fabian. Gebüscht. Hier vorne. Hier stehen lassen oder wollt's woanders sein? Ja. Und dann mach mal so, dass du von einer perfekten Höhe alles da drum herum kühlen kannst, damit das nicht so weiter rauskommt, okay? Alles klar. Verstanden. Fabian, willst du... willst du nicht, dass deine A-Lab Leute über deinen A-Lab noch einen Angriffstrupp starten? Ja, ich hab meinen einen Angriffstrupp ja schon hier. Ich... Die müssen ja erstmal eine Wasserversorgung hier aufbauen, wenn es nötig ist. Aber ich denk mal, dass das nötig sein wird. Deswegen muss ich da gleich sowieso nochmal runter. Beziehungsweise ich funke den Maschinisten an. Du sollst nicht rum gehen. Ne, der hat ja auch nicht vor. Ja. 12... 48... 1... 3... von 12... 48... 1... 3... 1... hört. Ja, folgendes. Baut mal bitte die Wasserversorgung von vorne an der Straße bis hier zum Tele 4000 auf. Ja, das ist verstanden. Ende. Oh, sieht doch geil aus. Fabian, bei dir kannst du abzugehen. Ja, bin ich, ne? Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff. Der Hund hat seinen Spaß. Der Hund hat seinen Spaß. 12... äh... Leitstelle von 12... 48... 1... komm. Leitstelle gehört. Ja. Folgendes. Zwischenla... Zwischenmeldung von der Leitstelle. Einsatztelle. Löschangriff von zwei Seiten wurde gestartet und der Kühlangriff über die Drehleiter für die umliegenden Felder und umliegenden Gräser, Bäume, Büsche wurde gestartet. Ja, hast du verstanden, Ende. 12... 33... 1... 1... von 12... 48... 1... 1... 1... 12... 3... 3... 1... 1... 2... 1... kommen. 2... 2... 1... 1... 1... 1... Ja, folgendes. Ich benötige einmal den Wassertrupp als ausgerüsteten PA-Trupp hier vorne an der Einsatzstelle zum... zur DLK. 1... 1... 1... 2... 2... 1... 2... 2... 2... 3... 11, 1 von 12, 48, 1, 1 kommen. 12, 11, 1 von 12, 48, 1, 1 kommen. 12, 11, 1 kommen. Ja, bitte alarmieren Sie mal, dass die Stadtwerke hierher, da wir eine weitere Kontrolle mit denen zusammen durchführen müssen. Ja, das ist verstanden, danke schön. Schlauchtrupp einladen bereit. Schlauchtrupp? Ja. War zwar die Rede vom Wassertrupp, aber egal, solange ihr zwei Arten-Schutzgeräteträger seid, einmal zum Gruppenführer der DL. Ja, verstanden. Schlauchtrupp einladen bereit. Ja, gut, dann einmal Schlauchtrupp. Ihr übernimmt einmal dann das Kornfeld, macht das mal im Umkreis von 50, 25 cm unter der Brandstelle, einmal alles platthauen und kühlen, danach einmal Funkenflug verhindern, wir kühlen dann jetzt gleich die Bäume links um die Brandstelle. Ja, verstanden. Wir gehen Feuerpfeifen holen. Dann zum anderen, das fertig. Ja, verstanden. Hat das für 2.000 Feuerpfeifen? Ja. Wort. 124812 von 124811 kommen. 124812 wird kommen. Ja, wie weit ist die Einsatzlage vor Ort an der Böschung? Ja, Standby, ich frag einmal kurz, warum man Trump nach. Angriffsrupp 1 von 124812 kommen. Angriffsrupp hat. Ja, frage, wie ist die Lage bei Ihnen kommen? Äh, Lage, okay, Kühlung, alles soweit unter Kontrolle. Ja, ist soweit verstanden. 124811 von 124812 kommen. Hört. Ja, folgende Lage, ähm, Feuer ist soweit unter Kontrolle. Funkenflug wird durch den Schlauch-Trupp von uns, äh, von uns, ähm, ja, gesichert. Ähm, weitere Infos folgen später. Kommen. Ja, das ist verstanden. Patrick, guck mal auf dein Handy. Oder Thomas. Oh, ist leer. Äh, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich frag schon, warum? Wie sieht's aus? 1248, äh, 12111 von 124811 kommen. 124811 kommen. Bitte geben Sie einmal an die Leitstelle durch, dass das Feuer unter Kontrolle ist und keine Ausbruchsgefahr mehr besteht und der Typ von der Stadtwerke die Abwasser, den Wasserablauf an der Böschung kontrollieren muss. Ja, das ist aber verstanden, dass es an die Leitstelle weiterkommt. Super. 1248114 von 124811 kommen. Ja, Frage, ähm, wie sieht's unten an der Straße aus? Ja, Lage ist soweit unter Kontrolle, Fahrzeuge werden, äh, einseitig, äh, weitergeleitet, ähm, sonst alles soweit unter Kontrolle, warten auf eintriffende Polizei, falls alarmiert. Ja, das ist verstanden. 124811 für alle eingesetzten Einsatzkräfte, Feuer aus. 121111 von 124811 kommen. 121111 kommen. Bitte geben Sie an die Leitstelle durch, dass Feuer aus und Einsatzstelle aufgeräumt wird und an die Stadtwerke übergeben wird. Ja, das ist aber verstanden. 121111 Ende. 124811 an alle eingesetzten Atemschutzgeräteträger, Atemschutzgeräte aus Fahrzeug zurückbringen und dann am Feuerwehrgerätehaus wieder einsatzbereit machen. 123311, äh, warte, Einsatzleiter von 123311 kommen. Äh, Einsatzleitung hört. Ja, Frage, kann einer von der, äh, HLF-Satzung meinen Atemschutzgeräteträgern, ähm, vielleicht etwas zu trinken bringen, äh, die Getränke bei uns auf der Drehleiter sind, äh, leer, kommen. Ja, das ist verstanden. 121111, äh, 1248113 von 124811 kommen. Ja, bitte bringen Sie einmal die, ähm, Getränkekiste an die Einsatzstelle nach vorne. Ja, ist verstanden. So, Leute, habt ihr gut gemacht. Habt ihr gehört, abschnallen, Geräte aus Fahrzeug, Getränke werden gleich gebracht. So, Maschinist, dann einmal halt zum Atemsch fertig. Ja, Leute, guter Einsatz. Ja. Ah, Gott. Ja, der Herr war das, der Herr. Ja, richtig. Okay, schönen Tag noch. Schau uns. Schau uns einfach an. Oh, runter vom Acker. Da, mit Drehleiter. Ich wollte eigentlich gerade die Getränke bringen, aber ja. Ja, ich wollte nur vom Acker runter. Darfst du, darfst du die Drehleiter wieder waschen? Arsch, äh, Arsch, den können die mich. Nur fahr unser HLF nicht fest, bitte. Sie sind zu geländefähig. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, ich wollte, da hätte ich die Angst und die Drehleiter ist das, die steckten. Ja, trotzdem. Oh, habt ihr Getränke dabei? Immer doch. Freibierne. Freibier, auf, du geht's auch? Du geht's auch, du geht's auch, getränke. Nö, 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 du hast which one, die mich? Das ist, das wär mir was Neust. Und dann sind Sie die geneffola? 1,1 an. 12, 11, non. und Leitstelle kommen. 12 F1 gehört. Leitstelle gehört. Ja, folgendes von der Einsatzstelle. Einsatz beendet. Nach Kontrolle der Einsatzstelle wurde Einsatzstelle an örtliche Stadtwerke übergeben. Und somit beenden wir den Einsatz und verlassen die Einsatzstelle und gehen auf Status 1. Leitstelle ist verstanden. 12 F1 haben sie quittiert. Äh, 12 F1 verstanden. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Ciao!